Auch Männer dürfen Körperhaare entfernen, egal ob das jetzt an den Armen ist, an der Brust, am Rücken. Das ist nicht haram. Ja, es gibt unterschiedliche Ulema, die sagen, sollte es ein Mann tun, sollte es nicht. Das kann jeder für sich entscheiden. Aber es ist keine, wie heißt, dass man nachahmt. Es ist keine Nachahmung von Frauen. Es ist keine Nachahmung von Frauen. Und was der Mann nicht rasieren darf, ist natürlich der Bart, wie wir gleich sehen werden.